Herr Professor Kronberg, schönen guten Abend. Das ist ein Vorschlag. Matthias Mirsch hat gesagt, warum vereinbaren wir nicht bestimmte Themen miteinander? Und bei all den Themen, die jetzt nicht die ganz großen Themen sind, zwischen Union und SPD, da gucken wir einfach, wie wir die Mehrheiten zustande bringen. So ganz neu ist das nicht, weil es sehr ähnlich zur Minderheitsregierung ist. Richtig. Es stellt sich als Mischform dar. Ja, das klingt ja zunächst, Sie haben es in der Anmoderation auch gesagt, natürlich reizvoll. Warum? Weil natürlich jetzt dann dem Parlament nochmal eine ganz andere Bedeutung zukommt. Man muss dann ebenso, deute ich dieses Modell, bis auf bestimmte wichtige Politikbereiche, Finanzen, Europa, Verteidigung womöglich, auf anderen Politikfeldern gibt man das frei, trifft man bewusst keine Abmachung. Man will damit das eigene Parteiprofil schärfen. Man will dann auch mögliche andere Mehrheiten im Parlament suchen. So die Theorie, so das Modell. Herr Kronz, ich wäre skeptisch als Beobachter, ob das wirklich vor allen Dingen auch alltagstauglich ist. Wir müssen sehen, vier Jahre lange Zeit, vieles Unvorhergesehene, oftmals staatspolitisch akuter Handlungsbedarf. Ich will darauf hinaus, Stabilität ist sicherlich kein Wert an sich, ist aber etwas, was in der Bevölkerung außerordentlich hoch geschätzt wird. Ist sicherlich auch etwas, denken wir an die Koalitionen und die Erfahrungen, plötzliche Politikwechselherausforderungen in den vergangenen zehn Jahren alleine. Was dann eben doch auch eine formelle Koalition, die richtig geschlossen ist, dann auch spontan handlungsfähig macht in Krisen. Ich will noch einen letzten Punkt nennen. Koalitionsverträge müssen ja nicht, wie jetzt in den letzten vier Jahren, auf über 200 Seiten anschwellen. Wir haben vor 30 Jahren auch nur acht oder zehn oder zwanzig Seiten gekannt. Man kann das auch verschlanken, auch knapper halten. Letztendlich steuert es in meinen Augen auf die Frage hinaus, will man denn gemeinsam regieren oder will man es nicht? Ja, da können wir ja direkt mal fragen. Matthias Mirsch ist nämlich jetzt zugeschaltet aus dem Deutschen Bundestag, wenn ich das richtig sehe. Herr Mirsch, das ist eine Idee von Ihnen. Sagen Sie uns doch mal, wir haben gerade mit Professor Kronenberg darüber gesprochen, welche Vorteile soll denn diese Form der Kooperation bieten? Ja, einmal sagen wir immer wieder, die Große Koalition ist ein großer monolithischer Block, die Profile der Parteien leiden. Und gerade in Debatten, wenn es um Sterbehilfe gegangen ist oder auch die Ehe für alle, sagen wir, das sind Sternstunden des Parlaments. Und warum kann man diese Sternstunden des Parlaments nicht viel häufiger walten lassen bei Sachfragen? Aber das Argument der Instabilität, das wird wettgemacht, indem man sagt, bestimmte Projekte werden gemeinsam am Anfang vereinbart. Und es gibt zum Beispiel auch eine Vereinbarung, den Haushalt gemeinsam zu verabschieden. Herr Mirsch, trotzdem verstehe ich nicht ganz, der Vorschlag kommt ja von Ihnen, von einem, sagen wir mal, linken Teil der SPD. Da besteht doch gerade in dieser Form der Kooperation die Gefahr, dass dort Entscheidungen eher, sagen wir mal, auf der rechten Seite fallen. Das sind doch dann eher Mehrheiten, die sich rechts im Parlament bilden. Das kann doch für Sie kein Vorteil sein. Also erstens geht es natürlich darum, was kommt in das erste Kapitel. Das sind die gemeinsamen Projekte. Und da erwarte ich natürlich, dass zum Beispiel so etwas wie Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, Behebung der Missstände in der Pflege, also die ursozialdemokratischen Themen sichtbar werden. Hierzu haben wir elf Themenkomplexe beim Parteitag verabschiedet. Darum wird es jetzt in den Gesprächen gehen. Und dann habe ich eigentlich ein großes Vertrauen auch in das Parlament, dass wir sehr um einen gemeinsamen Nenner auch ringen können. Auch wenn es vermeintlich eine rechte Mehrheit gibt, glaube ich nicht, dass einfach fahrlässig die CDU, CSU beispielsweise mit der AfD eine Mehrheit bildet, sondern dass wir schon jenseits der AfD auch sehr verantwortungsbewusst im Parlament miteinander um den besten Weg ringen. Und lassen Sie mich noch einen Punkt zur Außenpolitik sagen. Ich glaube, dieses Parlament, dieser Deutsche Bundestag hat in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, auch zum Beispiel die SPD, als es eine schwarz-gelbe Bundesregierung gab und dort die Mehrheiten nicht bei der Griechenland-Rettung beispielsweise vorhanden waren, dass wir sehr verantwortungsbewusst mit diesen europäischen Fragen umgegangen sind. Aber wenn wir uns die Mehrheitsverhältnisse im Parlament anschauen, dann ist die AfD die drittstärkste Kraft im Parlament. Eine Form der Kooperation, wie Sie sie vorschlagen, wäre im Zweifelsfall eine Aufwertung. Das wäre bei der GroKo nicht der Fall. Sind Sie an einer Aufwertung der AfD interessiert? Doch wohl kaum. Also nochmal, ich glaube, dass es dann sehr davon abhängt, wie man Mehrheiten organisiert. Und die AfD ist nicht die einzige Fraktion im Deutschen Bundestag. Es sind viele Fraktionen jetzt. Und meine Befürchtung ist, dass wenn wir wieder vier Jahre große Koalition haben, dass dann das genau passiert, was wir in Österreich und in anderen Ländern sehen, auch in Deutschland, dass die Ränder umso stärker werden. Insofern gelebte Demokratie die Möglichkeit zu haben, nicht einfach nur Ja und Nein in einem großen monolithischen Block zu sagen. Das ist die eigentliche Aufgabe. Und ich denke, dieser Deutsche Bundestag kann dann sehr deutlich das Profil von unterschiedlichen Fraktionen zeigen. Insofern meines Erachtens jedenfalls eine deutliche Antwort auf Extrempositionen, die immer bei großen Koalitionen meistens jedenfalls die Folge waren. Aber Herr Misch, letzte Frage. Was Sie vorschlagen, ist letztendlich einerseits, andererseits. Das heißt, wir wollen eigentlich nicht in eine große Koalition rein, aber wir wollen irgendwie an den großen Themen beteiligt sein. Glauben Sie, dass der Bürger tatsächlich bereit ist, eine solche Hin- und Her-Situation der SPD zu akzeptieren und Ihnen im Zweifelsfall bei der nächsten Wahl nicht eine Quittung ausstellt? Ich würde nicht sagen, dass es eine Hin- und Her-Situation ist. Es ist für beide Partner einer Kooperation die Möglichkeit, dass man sich erstens auf bestimmte, ganz konkrete Projekte verständigt. Und dann auch sagt, zum Beispiel den Haushalt wollen wir gemeinsam verabschieden. Wir übernehmen auch gemeinsame Regierungsverantwortung. Wir haben den Gewaltenteilungsgrundsatz in Deutschland. Bislang war es aber zum großen Teil so, dass das, was die Bundesregierung vorgeschlagen hat, ein bisschen modifiziert wurde im Parlament, aber diese Gewaltenbalancierung oder Teilung nicht gelebt worden ist. Und deswegen meine ich, wer für die Stärkung von Parlamenten eintritt, wer für die Stärkung von Demokratie eintritt, der macht nicht hin und her, sondern der sieht dann an bestimmten Fragen, dass es sehr unterschiedliche Auffassungen gibt. Wie war es denn in der Vergangenheit, wenn wir beispielsweise einen Antrag, den die Grünen geschrieben haben, der selbst in unserem Wahlprogramm stand, den mussten wir ablehnen, weil die CDU gesagt hat, machen wir nicht. Das, zum Beispiel Besuchergruppen hier im Parlament zu erklären, ist äußerst problematisch. Insofern sage ich, lasst uns mal überlegen, ob es zwischen großer Koalition und Neuwahlen doch Alternativen gibt. Die Zeit ist eigentlich dafür reif. Herr Merch, ich bin gespannt, wie Sie den Besuchergruppen diese neue Form erklären, wenn sie dazu kommen sollte. Danke schön für Ihre Erläuterung. Okay. Ja, Professor Kronenberg, wir haben jetzt den sozusagen Erfinder dazu gehört, was er sich für eine Art der Kooperation da vorstellt. Mir ist noch immer nicht so ganz klar geworden, was es für Vorteile für die SPD bieten soll, gerade für die, sagen wir mal, linken Teile der SPD. Ist mir auch nicht erkennbar. Ich glaube, dass der Vorschlag Ausdruck des Dilemmas der SPD ist, des Ringens der SPD, um den richtigen Weg. Wir brauchen das nicht alles rekapitulieren, gleich am Abend der Wahlniederlage dann eben zu sagen, auf jeden Fall nicht dann das Scheitern von Jamaika, das kennen wir jetzt alles. Aber was wir eben doch beobachten, ist der Krons auch nach diesem Parteitag, nach der Stabilisierung des Parteivorsitzenden. Das ist ein quälender Prozess. Es ist ein Selbstfindungsprozess. Dieser Vorschlag hat natürlich einen gewissen theoretischen Reiz. Wir denken über eine Belebung des Parlamentarismus nach. All das kann man tun. Die Frage ist nur einfach, ist sozusagen die parlamentarische Demokratie in ihren Grundfesten, steht sie denn so in Frage, dass man im Grunde einen solchen Weg beschreiten müsste. In meinen Augen, meiner Beobachtung sagt in großen Teilen der Bevölkerung, nein, es gibt doch mögliche Koalitionsbildungen. Die große Koalition ist eine Jamaika, wäre eine andere gewesen. Man wird den Bürgern letztlich nicht überzeugend plausibilisieren können, warum denn nicht die Parteien, die staatstragenden Parteien, die grundsätzlich koalitionsfähig sind, warum sie nicht in der Lage sind, eine stabile und handlungsfähige Koalition zu bilden. Im Übrigen ein letzter Punkt. Auch aus der SPD heraus wird das natürlich gesehen. Warum ist das denn ein Selbstläufer, dass die SPD wieder sozusagen nach vier Jahren theoretisch großer Koalition denn sozusagen abnimmt? Warum werden die Ränder gestärkt? Es gibt natürlich das Beispiel Österreich, aber es gibt keine Automatismen in der Politik. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, eigene Profile zu schärfen, sich sichtbar zu machen in einer Regierung. Die Situation 2017 bis 2021 ist eine gänzlich andere als 2013 bis 2017 oder in der Legislaturperiode davor. Personell, von der internationalen Konstellation her, wie auch gesellschaftlich. Insofern kennen wir diese Automatismen und Selbstläufer nicht. Herr Kronenberg, ist das nicht letztendlich sogar sehr gefährlich für die SPD? Ich habe eben auch den Abgeordneten Mirsch gefragt, wenn er auf der einen Seite sagt, wir wollen nicht in eine Koalition und auf der anderen Seite bestimmte Themen dann doch quasi wie in einer Koalition vereinbart, muss der Bürger den Eindruck haben, da ist zu wenig Mut bei der SPD da. Die wollen nicht wirklich springen in eine Koalition. Ist das letztendlich nicht sogar noch viel gefährlicher für die SPD am Ende? Meine Antwort läutet, ja, doch, es ist so. Ich habe das eben mit diesem quälenden Prozess umschrieben. Man kann es auch so tun, wie Sie es nennen. Es ist tatsächlich Ausdruck dieses Dilemmas. Nur deswegen ist natürlich dieser Vorschlag jetzt im Raum. Er hat, Herr Kronz, realpolitisch bis auf weiteres auch überhaupt keine Chance. Denn es ist ein Vorschlag der SPD-Linken. Das müsste erst mal innerhalb der SPD mehrheitsfähig werden. Aber dann setzt das natürlich voraus, dass die Unionsseite an der Spitze ja immer noch, Und ich würde auch sagen, je länger sozusagen dieses Dilemma der SPD sich fortsetzt, desto mehr fest im Sattel sitzende Angela Merkel wird sich natürlich darauf nicht einlassen. Und dann kommt schlussendlich auch der Faktor wieder, die Amtsperson Bundespräsident ins Spiel. Ich will sagen, das sind im Moment Gedankenspiele als Ausdruck der inneren Verfasstheit der Sozialdemokratie. Realpolitisch sehe ich das nicht. Und es geht eher auf Kosten der SPD, weil es nicht plausibel in der Bevölkerung vermittelbar ist. Ich habe eben gesagt, das Hohe Gut der Stabilität ist vor allen Dingen etwas, was mit Blick auf die internationale Konstellation seitens der Bevölkerung außerordentlich wertgeschätzt wird. In dem Gespräch haben wir erfahren, dass er die Chance, dass dadurch quasi der rechte Teil des Parlaments verstärkt wird, gar nicht so sieht. Und ist nicht da aber eine große Gefahr, dass eine AfD, die ja doch sehr populistischen Dingen nachgeht und nachhängt, eher gestärkt wird durch eine solche, ja im Grunde genommen Debatte ohne die Grundlage einer festen großen Koalition? Wir bewegen uns jetzt in diesem Modell und dann würde man natürlich unionsseitig alles versuchen, letztendlich dann Mehrheiten zu finden jenseits der AfD. Man würde es natürlich offensiv nicht tun, sozusagen ein Gesetzesvorhaben auf den Weg zu bringen, wo man auf die AfD angewiesen ist. Das würden die anderen Parteien auch nicht machen. Aus Sicht der SPD-Linken könnte es natürlich reizvoll sein, so etwas wie Rot-Rot-Grün dann im Parlament einmal auf den Weg zu bringen oder dann eben auch noch vielleicht durch die FDP oder andere. Zumindest auch Rot-Rot. Das wäre ja auch in dem Falle sehr rot verlockend. Rot-Rot, richtig. Aber das heißt dann natürlich mittelbar, dann nicht im Umkehrschluss, dass sich die AfD dann einer möglichen Mehrheit anschließt oder es eben zwei Fraktionen für wichtig halten, ein bestimmtes Thema zu besetzen, nach Mehrheiten suchen. Und was macht man dann, wenn die AfD hier sozusagen Mehrheitsbeschaffer ist? Wir haben in den ersten Abstimmungen dieser neuen Legislaturperiode ja schon die Situation erlebt, europapolitisch, als es um die Fortführung des ESM ging, die Verlängerung, dass ja interessanterweise es eine parlamentarische Mehrheit gab, der Jamaika-Parteien, aber die AfD, überaus ja europakritisch und was Stabilitätsmechanismen angeht, aber mitgestimmt hat. Das ist in der Öffentlichkeit eher untergegangen. Da hat die AfD mitgestimmt. Das würde in dieser neuen Mierschen-Konstellation sozusagen tatsächlich nochmal eine ganz andere Bedeutung erfahren. Ganz kurz nur, nicht sehr viel mehr als Ja oder Nein. Kommen wir morgen Abend bei den Gesprächen zwischen Union und SPD in Richtung einer großen Koalition her? Diese erste Hürde wird sicherlich genommen. Morgen Abend werden wir nicht sozusagen das Türen schließen erleben. Das nicht. Aber die Hürden für die nächsten Runden, Stichwort Parteitag im Januar, die werden ja eher höher als niedriger. Professor Kuggenberg, ganz herzlichen Dank. Herr Kuggenberg, ganz herzlichen Dank.